Pumpspeicherkraftwerk, sagen die Leute von GameTube, ich sage einfach nur Pumpstation und wir geht's, los geht's, hi Leute! Dein Blut gibt ein feines Dürfchen. Leg dich hin, mein Lieber! Na! Erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Poison Ivy von Batman. Oh! Jemand hat den Schlüssel für das Zufluss verlegt, bitte sucht, danke und bringt ihn zur Wasserflutstation zurück. Geschlossenes Wasser für den Wasser öffnen. Ähm, jetzt muss ich den... Oh! Meiner! Wo kamen die denn jetzt wieder her? Ah, du meine Güte! Wo ist denn der Typ? Tüpfel! Ha! Videospiellogik! Und ich wusste das nicht mal. Mann, bin ich klug. K-L-U-K, ich meine K-L-U-G. Damit sollte das Wasser wieder fließen. Und jetzt zu dieser Zündspule. Näh, 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 näh. Näh, 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 näh. Da kam ich aber nicht her, oder? Naja, hier liegt der nicht mehr. Brauchst du jetzt nicht mehr. Eine kaum lesbare Liste voller Blut- und Fettflecken. Neu einen Schraubenschlüssel besorgen. Alter von Flusskriecher verschlungen. Wasserfluss für Trimble überprüfen. Hoffentlich keine Ratten. Ochsenrausch im Kanal suchen. Maggie steht auf Rot. Aha. Maggie meinen Schrankschlüssel geben, damit sie Sachen diese Woche in meine Wohnung bringen kann. Aha. Alles klar. Mhm, 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 mhm. Ah, da kommen wir hin. No trespassing. Wo kommt man eigentlich da hin? Ach, natürlich. Ach, früher war es das Telefon, jetzt ist es das Niesten. Es tut mir echt leid, Freunde. Aber ich habe mich wohl doch ein bisschen stärker erkältet, als ich dachte. Eigentlich dachte ich gar nichts, aber anscheinend doch. Wo ist da die verkackte Rune? Hallo? Ja, äh, los. Ach, leck mich doch am Sack. So richtig kannst du nicht sein. Was ist jetzt? Oh. Oh. Da müsste ich jetzt wieder rüberlaufen. Oh Mann. Ach, nee, leck mich. Der Hilfhäfer heißt. Mord in my head. Ach, verdammt. Oh Mann. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Kleiner Mann sagt er Ach wo, komm schon Skivers ist nicht von seiner Patrouille zurückgekommen, er ist jetzt schon 6 Tage weg, versteht mich nicht falsch, ich bin nicht seinetwegen traurig, denn wir beide waren oft nicht einer Meinung, sondern weil er einen Haufen Münzen aus einem Versteck in den ausgetrockneten Kanälen mitbringen wollte. Eigentlich hatte ich vor ihm einen Teil der Kohle mit ein paar Kartenspielen abzuknöpfen, aber daraus wird wohl nichts mehr. Wer weiß wem das Wasser irgendwann wieder läuft, wird er vielleicht rausgespült, aber ich glaube eher nicht. Lass uns nach deiner Schicht heute Abend einen auf den alten Skivers heben. Cannot kill the red plague Mal sehen, ob wir jetzt da rauskommen, wie wir den alten Sack auch noch killen. Ach komm Ach verdammt nochmal Erledigt Aber ihre Männer werden sie wohl nicht wiedersehen Gottfass Der alte sagt, wir haben einen Deal. Die Kombination lautet Die wissen nicht, was sie da tut Oh schade, das wäre zu cool gewesen Aber es könnte funktionieren, wenn ich die, äh, verlangt die Zeit anhalte. Ich will das jetzt einfach probieren, ok? Komm schon Komm schon Was? Draußen auch das Gas, oder wie? Mit der frischen Luft Ok, das funktioniert anscheinend doch nicht Gut Sorry Leute, ich wollte es einfach mal probieren, wäre doch cool gewesen Na ja Dann eben nischt So, wie lautet jetzt? Ach man Welche verdammte Kombination 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 Benutze die Kombination Welche verdammte Kombination Ja, toll. Ach. 1, 5, 6, danke. 1, 5, 6. Was? 1, 6, 5, verdammt nochmal. Blöb, blöb. Genau. Sweet. Nee, eigentlich nicht. Ach, Mann. Schade, ich hätte es echt gerne gesehen. Ähm, mit dem Gas. Also, das klingt jetzt ein bisschen falsch. Aber es wäre, aber dass hier draußen auch das Gas noch wirkt, finde ich doch ein bisschen sehr... Aber gut, warum denn nicht? Das ist halt ein starkes Gas. Wer hat gefurrt? Wer hat gefurrt? Hast du gefurrt oder hab ich gefurrt? Ups. Ach, scheiße. Keine Kämpfe. Fragt sich, wie lange noch. Oh, dieses verkackte Mistding. So viel zum kleinen Mann, du Pisser. Ach, jetzt ist Wasser auch wieder. Die kann ich auch brauchen. Flussverfahren, Draper's World. Kapriere den Schiffsmutter, bau die Zündspule auf, der Andin wieder an, ein, ein, an, 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 ein. Cuervo Ateno. Stopp! Wieso hast du keine Schuhe? Wie war's das jetzt schon? So, die Toten, alle. Rune gefunden, 2 von 7, sehr gut. Knochenartefakte gefunden, 1 von 5, sehr gut. Verderbte, äh, verderbte Knochenartefakte gefunden, Artefakte gefunden, 2 von 3. Outsiderscheine gefunden, 0 von 2, Mützen gefunden, 1.000 von 3.000, na, ganz toll. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Danke, wir zusehen, Leute. Auf Wiedersehen, äh, sehen.